Leise. Plötzlich. Oh, jetzt sehe ich natürlich im Spiegel... Ja, das war doch klar. Hallo! Das gehört zum Spiel, oder? Ja. Du wirst bitte verarschen, oder? Das bin ich doch endlich aus diesem bescheuerten Raumschiff raus. Jetzt... Station. Nicht schief. Ach, toll. Großartig! Ja, das kannst du immer laut sagen, ne? Ja, ich darf echt nicht draus. Ich dreh jetzt einfach ab, ne? Das ist doch eh sinnlos. Ich komm hier nie raus. Wozu spiel ich's denn weiter? Geh zurück zur Luftschleuse. Dankeschön. Was willst du? Sterb. Und nicht durch. Das ist doch alles hier. Hurrahom! Ruhe! Ups! Ich dachte eigentlich, ich hätt's erwischt. Aber offenbar nicht. Dumm gelaufen. Na jo. Auf ein neues. Ich hab hier eh eh neiges liegen lassen, wie ich grad sehe. Flammenwerfer-Munition. Halt die Fresse. Ist tot. Du bleibst jetzt auch tot. Ah, fast hättest du mich nochmal bekommen hier. Aber nur fast. Was ist denn jetzt schon wieder? Wo denn? Da ist es! Äh... Da lang, oder? Komm. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Da lang! Ja, das sieht ganz richtig aus. Ah, es ist gar nicht so weit. Was ist jetzt? Klappe! Lass mich durch. Dankeschön. Oh. Vielleicht die Taschenlampe ausmachen. Die schon seit Ewigkeiten auf der selben Batterie läuft. Flammenwerferöl! Danke! Das war knapp. Hi! Na, was geht ab, Alter? Der ist weg! Ei, 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 ei. Ciao! Der ist auch weg. Perfekt! Kann ich mal wieder aufstehen hier. Mit den dämlichen Eiern zu schießen. Check immer mal wieder, wie weit es noch ist. Was ist jetzt? Oh! Wer? Gestern? Nee! Kann nicht einmal was nach Plan laufen! Einmal! Binde einen Alternativen? Ah, doch gar nicht! Tja! Ich hasse es! Kann hier mal einen Speicherpunkt haben? Oder wo ist denn einer? Da unten. Ach! Ich kann hier runter! Will ich das? Das ist die nächste Frage. Jo! Hier Munition! Leuchtfackel gedöns! Was ist da? Leuchtfackel? Nee! Reicht! Reicht! Ach du Scheiße! Das war schon wieder unheimlich knapp. Ich muss es hier einfach nur durchschaffen. Du hast keine Ahnung, wie oft ich mir das schon gedacht habe. Dass ich es hier einfach nur durchschaffen muss und dann habe ich es geschafft. Aber nope! Du wirst es niemals hier raus schaffen. Niemals! Nicht mal tot! Alter! Zu knapp! Ach du Schande! ach! Du wirst das schon wieder rausziehen! Ich schau mal! Aber du hast dich nicht mit dem Arm oder Po? Wir werden es nicht mit dem Arm. ob ich von den Zügen zergrätscht werde oder nicht. Ich habe irgendwie das... Hallo? Ah, hier. Gefühlt, die sind gescriptet, wollte ich sagen. Haben wir hier alles. Flammenwerfer her damit. Da geht's hoch. Und da geht's rein. Es sieht sicherer aus hier. Haha. Rechts. Soviel zu sichern. Weißt du Bescheid? Wo bin ich jetzt? Habe ich mal einen Weg erspart da durch? Natürlich nicht. Klettern. Aber ziemlich zügig. Oder nicht? Oder schon? Runter klettern. Ja, runter klettern. Oh, Mann. Nee, du... Wenn ich nicht damit gerechnet hätte, ne? Na? Bei dir hat es wohl nicht so gut geklappt, ne? Was? Wo? Hier was? Ja, sieht so aus. Verlaine! Verlaine! Sind Sie hier? Bitte antworten Sie! Riffling! Ich dachte, ich hätte Sie verloren. Sebastian Vosel zieht uns mit Wunschkampf. Die Anziehungskraft hat die Bühne verzogen und wir kommen nicht von der Station los. Was kann ich tun? Verschwinden Sie durch die Luftschleuse und evaprieren Sie zur Warnungstühne. Es befinden sich exklusiven Beuzen auf der Notentriegelung. Beeindruckt! Sebastian Vosel fällt schnell! Ich werde Sie nicht enttäuschen! Er leckt mich doch am Arsch hier. Triegeln Sie die Torrents. Oh, jetzt kommen die Framedrops. Doch nicht? Ne, das soll so sein. Speichern! Ich sehe halt gar nichts mehr jetzt. Verschwommen wie sonst was jetzt. Unheimlich. Da! Da ist ein Anzug. Hier war ich doch schon mal. Kommt mir bekannt vor. Und jetzt, dasselbe Spiel nochmal. Ich werde weggezogen, ne? Wenn das jetzt nochmal passiert, dann springe ich aus dem Fenster. Ich sag's dir. Ne, diesmal hat sie es geschafft. So. Und jetzt? Hier? Hier lang. Aha. Hier hoch? Ja? Okay. Können die El... äh, können, oder? Ah, jetzt sieht's... Ja, es sieht immer noch schön aus. Zwar gefährlich, aber schön. Gefährlich schön. Kannst du mal aufhören schief zu gehen? Das wird... Ja, das Bild ein bisschen verschönern. Ne, ich glaub, sie schafft's ja nicht mehr. Ey, ey, ey. Wo ist denn jetzt dieses Schiff? Muss ich da? Das ist so eine Art Zug. Ja, das sieht so aus. Äh, hier. Ich weiß nicht wieso, aber hier fühle ich mich sicher. Ungeachtet der Trümmerstücke, die hier gegen die, keine Ahnung, Bohre, Schienen, was auch immer das sein soll. Lagen. Ah, die Sonne ist immer noch schön. Alles explodiert, wunderbar. Die Aliens verrecken. So muss das. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Kann ich jetzt hier... Werde ich jetzt hier abgeholt, oder... Wie sieht's aus? Ich bin hier, Berlin. Es müsste zwei Zündungsmechanismen zur Entsperrung der Wanderung in Regelung geben. Ich kann sie sehen. Ich nicht. Wo? Das da? Ne. Eine Lampe. Ja, sag einmal. Ich kann sie nicht sehen. Wo? Ah, hier. Schlüsselkarte. Das ist jetzt aber nicht der Ernst, oder? Ach so, okay. Naja, das macht da natürlich auch doch irgendwie Sinn. So, das war Nummer eins. Am Glück bin ich da nicht gestanden. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Da haben wir Nummer zwei. Perfekt. Aha. Okay. Da stören sie die... Die denn? Wo? Was? Was? Wieso? Ah hier. Ah hier. Aktivieren. Na, lass dir Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Aha. Andere Seite auch nochmal, oder wie? Und jetzt muss ich das wirklich viermal machen. So, einmal noch. So, das war es jetzt aber, oder? Was? Was geht jetzt ab? Ja, nee. Ja, nee, du, ist klar. Okay. 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 Okay.